Solana steht unmittelbar vor dem nächsten Breakout und damit vor einer Mega-Rallye Richtung All-Time-High. Welche Levels jetzt wichtig werden und wo unsere Long-Trade-Zone ist, all das klären wir hier in diesem Video und damit Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Solana-Spezial-Update-Video hier von Trading on Air. Bevor es reingeht, noch kurz Werbung in eigener Sache. Wenn dir der Content gefällt und uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTuber-Algo zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein. Solana hier bei 145 US-Dollar. Dementsprechend hier mit 4,6% im Plus. Wir kriegen vom Markt die ersten Bestätigungen, hier auch wieder trade-technisch aktiv zu werden. Was wir damit meinen, schauen wir uns jetzt im Nachgang hier gleich an. Demnach hier gehen wir mal in die Chart-Analyse rein. Kurz auf den übergeordneten Time-Frame für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Wir gehen demnach davon aus, dass Solana seit der Existenz hier einen ersten Impuls nach oben geformt hat. Das Ganze in einer WXY-Korrektur ziemlich scharf auf fast perfekten 0,5er-Hit diese Welle 2 hier beendet hat. Und wir seit diesem Zeitpunkt hier in eine nächste Welle 3, beziehungsweise in einen nächsten Aufwärtsimpuls hier gehen. Und wir das Ganze so labeln mit einer 1,2 aktuell gerade in der Welle 3 Richtung. 321 US-Dollar, weiterhin unverändert das Mindestziel hier für diese Welle 3. Und demnach hier ein neues All-Time-High erwartet im Solana-Chart. Und das auch relativ zeitnah. Da gehen wir jetzt dann gleich in der Unterstruktur darauf ein. Demnach übergeordnet das Ziel weiterhin unverändert die 622 US-Dollar. Demnach halten wir weiterhin an unseren Spotkäufen mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier in der 19-US-Dollar-Region selbstverständlich fest. Denn das ist vom aktuellen Kursgeschehen hier eben nochmals eine fast Vervierfachung des Kurses. Und wenn man sich das dann mal von unserem Entry hier bemisst, hier die 19-Dollar, das war jetzt auch noch schlecht angelegt, wären das 3000% hier eben bei Solana. Und die wollen wir selbstverständlich auch voll und ganz hier bestmöglich mitnehmen. Aber auch über unsere Exit-Strategie werden wir hier auf diesem Kanal selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Gut, gehen wir mal rein ins 1 oder ins 1 runter, wie wir das Ganze gecountet haben. Jetzt erstmal nicht das schlagen lassen, wir gehen da jetzt 1 nach dem anderen durch. Demnach in unserer Welle 3 in Orange übergeordnet und der geordnete Account 1, 2, 3, 4 und aktuell gerade in der Welle 5. Und ihr seht, wir gehen aktuell primär davon aus, dass unsere Welle 4 mit unserem Punkt genau 0,236 hier bei den 79 US-Dollar eben gefunden ist. Und wir demnach seit diesem Zeitpunkt hier wieder in den nächsten Aufwärtsimpuls gehen, wo wir eben die 321 US-Dollar und demnach das neue All-Time-High hier erwarten. Und wenn man einfach nur diese Kaufzone hier genutzt hat und diesen Entry hier eben demnach getätigt hat, dann wäre das ein Potenzial von 300% nach oben, wenn wir uns das Ganze hier nur mal bis zum aktuellen Kurs geschehen. Hier bemessen sind es ungefähr 85% in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich denke, das hat sehr, sehr gut gegriffen. Hier dieser Zielbereich, in dem wir die Trendwende raus erwartet haben. Und aktuell gehen wir primär, und das ist wirklich auch die kleine Veränderung zum letzten Video, denn wir haben das markante Hoch hier rausgenommen. Und demnach gehen wir aktuell primär davon aus, solange wir vom Chart jetzt nichts anderes bestätigt bekommen, dass die 4 auch hier wirklich mit diesem Punkt genauer Hit eben hinterlegt ist. Und wir in den nächsten Aufwärtsimpuls gehen mit einer 1-Flat-2, aktuell gerade in der Welle 3, die wir, sag ich mal, mindestens Richtung 216 US-Dollar laufen sehen, eher sogar Richtung 293 US-Dollar. Das wird uns die interne Struktur eben zeigen, welche Levels da wahrscheinlicher sind ab diesem Zeitpunkt. Da ist es jetzt noch zu früh, irgendwelche signifikanten Levels zu nennen, werden wir euch dann selbstverständlich hier auf diesem Kanal bzw. auf Telegram dann auf dem Laufenden halten. Das heißt, stell sicher, dass du das kostenlose Abo an dieser Stelle schon mal da lässt. Gut, ehe wir jetzt noch eins tiefer gehen in diese Welle 3 und wo unsere Kaufzone liegt, noch kurz Werbung in einer Sache. Sollten wir irgendwo Trades einsteigen oder nochmals Botkäufe tätigen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen ja beispielsweise die Signale aus. Dazu muss aber gesagt sein, es sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Das ist beispielsweise der einzig aktive Trade da drin. Uniswap bei 10,10 Dollar long gegangen. Läuft aktuell gut. Ich glaube, es sind über 15 Dollar da aktuell. Demnach, ja wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle. Wir traden das Ganze aber hier auf Bidget. Bedeutet, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Cruiserwein beim Nachtraden haben möchtest oder schlichtweg einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde es sich anbieten, wird ein Link unter der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein kann, kein muss. Auch die Bidget-Gewinnspiel, was heißt die Gewinnspielaktion, die bestmögliche Aktion, die auf Bidget möglich war, haben wir für euch rausgehandelt. Bis zu 500 Dollar für euren Support können wir euch zurückgeben. Demnach, ja bis zum 11. März geht das Ganze noch. Das heißt, die Ersteinzahlung bis zu 50 Dollar wird einfach nur verdoppelt. Nichts machen, einfach nur einzahlen mit unserem Link selbstverständlich. Und dann nur fürs reine Trading gibt es bis zu 450 Dollar zurück. Alle Infos hier, unschlagbares Angebot. Deswegen, ja wir können es euch eben nur ans Herz legen. Auch die Talk-On-News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite mal kurze Zwischenupdates rein. Oder eben, ja sag ich mal, wenn du einfach nur im Austausch mit der Community bzw. mit uns interessiert bist, kannst du da selbstverständlich auch gerne beitreten. Gut, jetzt gehen wir hier weiter im Kursgeschehen, gehen auch auf den 1-Stunden-Time-Perm runter, denn hier spielt die Musik. Demnach gehen wir davon aus, dass das Ganze hier eine Welle 1 symbolisiert in unserer übergeordneten Welle 3 hier in weiß gekennzeichnet. Eine Welle 3 ist wieder ein Fünfteiler. Bedeutet auch hier, Welle 2 aktuell primär gefunden. Und demnach hier in die Welle 3, wo das absolute Mindestziel hier einmal die 184 US-Dollar sind. Und demnach hier, wenn diese Welle 3 das Mindestziel holt, wir noch eine Welle 4 erwarten, sollten wir nur dieses Mindestziel holen. Stehen die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass wir, ja sag ich mal, in die 216 Dollar kommen. Sollten wir diese Welle 3 überextendieren, stehen die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass wir hier Richtung 293 US-Dollar in unserer weißen Welle 3 hier eben laufen werden. Gut, jetzt hier in die Substruktur dann einmal noch rein, denn hier wird es jetzt sehr, sehr interessant. Und wir haben auch bereits unsere nächste Long-Trade-Zone. Ganz, ganz wichtig, Long-Trade-Zone. Das ist keine Kaufzone, das ist eine Long-Trade-Zone. Auf die Kaufzone gehen wir später nochmal drauf ein. Für Käufe ist bei uns der Zug abgefahren. Ganz, ganz klarer Hinweis, Solana für uns nur noch Trade-Technisch interessant. Für Spot-Käufe bieten sich andere Coins hier definitiv noch besser an. Da ist bei Solana, wie gesagt, der Zug abgefahren. Daher nur Long-Trades. Wenn wir nochmal enorm tiefer kommen, haben wir später für euch noch eine schnelle Kaufzone. Aber wie gesagt, das, was wir jetzt durchgehen, ist eine Long-Trade-Zone. Demnach hier eine 1 nach oben, eine 2 nach unten. Aktuell gerade in unserer Welle 3. Und das Ganze nochmal aufgesplittet in eine 1, 2, 3, 4 Formation. Und das sieht aktuell auch eher korrektiv aus. Und das Ganze kann tatsächlich, denn das hier sieht auf den kleineren Zeitanheiten, das ist wirklich jetzt sehr unzuverlässig, muss man auch dazu sagen. Umso genauer man reingeht, umso unzuverlässiger wird das Ganze. Aber das Ganze sieht tatsächlich danach aus, dass das beendet sein kann. Demnach hier quasi der erste kleine Impuls für diese übergeordnete Welle 5 gerade startet. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr unzuverlässig. Das hier ganz, ganz klar, die Long-Trade-Zone, die geht runter bis zu den 137. 136 US-Dollar sollten wir das letzte Tief hier rausnehmen bei den 136 US-Dollar. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es sich hier eben noch um diesen Count hier handelt. Aber in diesem Count würden wir davon ausgehen, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 zu einer Welle 3 hier bekommen. Dann noch eine Welle 4 und dann noch eine Welle 5 hier Richtung 184 US-Dollar. Um eben diese gelbe Welle 3 hier einmal zu vervollständigen. Dann noch eine gelbe Welle 4 zu bekommen. Und je nachdem, wie sich dann diese Struktur dann ergibt, eben die gelbe Welle 5. Entweder Richtung 300 US-Dollar oder Richtung 216 US-Dollar. Ich denke, beides sehr, sehr lukrative Aussichten. Vor allem, wenn man hier die Long-Trade-Zone relativ mit einem knappen SL auch abfasst, sind das sehr, 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 sehr gute Setups, die sich ausspielen könnten. Wie wir das Ganze angehen, wo wir einsteigen, mit SL nachziehen etc. pp. Werden wir euch dann selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden halten. Das heißt, zusammengefasst für dieses Szenario 137 US-Dollar bzw. 136 US-Dollar fällt diese Box Chancen extrem groß, dass wir hier ins andere Szenario hier eben switchen werden, um dann eben hier, sage ich mal, mit signifikant tieferen Preisen hier zu rechnen. Und dann bieten sich tatsächlich nochmal potenzielle Kaufchancen an. Und welches Szenario wir hier meinen, bzw. nochmal kurz zur Zusammenfassung, 143 US-Dollar, 140 US-Dollar und 137 US-Dollar, die Support-Levels fällt 136 US-Dollar. Ja, hier, dieses Szenario einfach unwahrscheinlicher. Und dass wir hier dann quasi, da gehen wir jetzt schon mal auf den 1-Stunden-Time-Time raus, dass wir hier quasi dann in diesem Szenario sind, dann hier, ja, gewinnt dann definitiv an Wahrscheinlichkeit, kann man ganz einfach so sagen, werdet ihr 3 trotzdem hier gefunden. Das hier war eine 3-Teilig-A, das hier war eine 3-Teilig-Überschießende-B mit einer WXY. Und dann gecountet, das Ganze, wie gesagt, die überschießende B. Solange wir die 151 US-Dollar nicht rausnehmen, dieses Szenario für uns weiterhin ein valides Szenario, was wir hier verfolgen müssen, ganz einfach. Und dann hier mit einer Welle C nochmals tiefer zu kommen, mindestens hier auf die 94 US-Dollar. Gut, heißt, zusammengefasst, fallen die 136 US-Dollar sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier Richtung 94 US-Dollar oder marschieren werden. Dann wird das unser primäres Szenario. Solange die Box hält, ist das andere, das bullische Szenario unser primäres Szenario. Fallen die 151 US-Dollar 50, die Wahrscheinlichkeit ein enorm nochmal prio-bullisches Szenario. Das heißt, da ist die wichtigen Keymarken 151,50 Dollar, fällt die Marke nach oben hin. Nochmals eine Bestätigung für unser aktuell primäres Szenario. Fallen die 136 Dollar nach unten, gewinnt dieses Szenario hier an Wahrscheinlichkeit. Und hier unten bieten sich dann tatsächlich nochmals Spotkäufe an. Wir werden höchstwahrscheinlich keine eingehen, weil für uns Solana trotzdem aktuell schon im Preis viel zu hoch ist. Da hat es früher, in der Vergangenheit, wesentlich mehr und günstigere Einstiegsmöglichkeiten hier gegeben. Aber wer das möchte, könnte hier dann theoretisch nochmal welche platzieren. Wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung, um im Anschluss dann auch in diesem Szenario hier Richtung mindestens 321 US-Dollar hier zu laufen. Das heißt, auch hier ein neues All-Time-High erwartet. Nur es würde sich zeitlich nochmal etwas rauszögern. Wie gesagt, primäres Szenario ist unser unmittelbar bullisches Szenario. Sekundäres Szenario hier unser kurzfristig bearisches Szenario. Dann würde sich das Ganze einfach nochmal zeitlich betrachtet etwas ziehen. Und wir würden theoretisch nochmal lukrativere Kaufbeträge hier bekommen. Gut, die wichtigen Levels sind wir durchgegangen. Der Fahrplan zu Solana sollte klar sein, wenn wir hier irgendwas eingehen werden, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. Und damit soll es das Ganze jetzt schon gewesen sein. Wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support. Wir werden uns spätig, ebenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum nächsten Update. Und damit Trading und erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.